Ich glaube an euch. Dieses Video zerfetzen wir. 2 Millionen Likes, easy! Was ist das für eine Frisur, Mann? Freunde der Extra-Verganz, wie geht es euch? Ich habe gesehen, dass die Kamera sich leider nicht aufgeladen hat und somit fast keinen Akku mehr hat. Deshalb bin ich ein bisschen im Druck, das Video so gut es geht und so schnell es geht zu drehen. Heute habe ich ein TikTok-Video gefunden, wo ich mir dachte, Alter, das kann nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Freunde, wir werden uns nur ein einziges Video angucken. Nur ein einziges. Und das war es mit diesem Video, Mann. Das krasse ist, dass das Video knapp 2 Millionen Likes hat. Es hat knapp 2 Millionen Likes und wenn ihr euch das Video ansehen werdet, werden vielleicht einige durchdrehen. HALF, STOP! Die anderen werden schimpfen und die dritten werden mich wahrscheinlich disliken. Okay. Aber im Endeffekt, Freunde, sind wir alle eins und wir sind Freunde. HALF! Deshalb abonniert den Kanal, Freunde. Wir sind knapp vor 7100 Abonnenten. Nebenbei ganz kurz, Freunde, danke an die 7000 Abonnenten. Das muss mal gesagt werden. Freunde, glaubt mir, es ist ein Special bald draußen. Ihr seid nur so krass, also es kommt ein heftiges Special. Das verspreche ich euch. Freunde, wir werden uns jetzt das TikTok-Video angucken. Ohne Spaß. Gucken wir uns das einfach an. Und dann machst du so Autos. Ohne Spaß. Dieses Video hat mir alles gegeben. Was hat sich das Mädchen gedacht, als sie das Video gedreht hat? Meine Augen waren fresh. Haare sitzt. Nase sitzt. Mund sitzt. Fresh. Los, fangen wir an. Guck mir nur 4 Sekunden in den Augen. Ich hab nur gesagt 4 Sekunden. Luisa. 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 Ich weiß nicht, Freunde. Ich hab mir das Video angeguckt und gleich schon nach ein paar Sekunden dachte ich mir schon, warum schreibt sie nichts oder warum sagt sie nichts? Warum geht das Video so länger? Und ich hab wirklich die Augen mit ihr gehabt, ja? Ich hab die ganze Zeit zu ihr geschaut. Ich hab ihr die ganze Zeit in den Augen geschaut. Schade, dass das Video nur 10 Sekunden lang ging oder so. Ich wollte noch länger. Sie ist echt ein hübsches Mädchen, aber dass sie auf so ein Video kommt, ich glaub, ihr ist bewusst, dass sie hübsch ist, weil sonst würde man so ein Video nicht machen. Aber das Video hat auch knappe 2 Millionen Likes, also wie viele Leute bitte haben sich dieses Video angesehen und gesagt, tiri, like, knapp 2 Millionen Likes. Wisst ihr was, Freunde? Ich werd das Video jetzt nachmachen und versprecht mir, Freunde, wir brechen die 2 Millionen Likes von ihr. Sie hat 1,9 Millionen, wir werden 2 Millionen knacken unter diesem Video. Versprecht mir das, Freunde, versprecht mir das, ich werd das gleiche Video jetzt drehen. Knapp aus vorbei, was sie schafft, schaff ich auch. Ich bin doch auch hübsch. Ich werd das jetzt machen. Freunde, Mikrofon beiseite. Los geht's. Freunde, versprecht mir einfach nur eines. Wir müssen den Rekord von diesem Mädchen knacken. Okay, versprecht mir das. Ballert das Video so hoch, es geht rauf und beweist ihr, dass man auch als Junge hübsch sein kann und Likes schaffen kann und Hype und Erfolg. Freunde, ich glaub an euch. Dieses Video zerfetzen wir. 2 Millionen Likes, easy. Ohne Spaß. Bruder, stell dir vor, ich lade jetzt dann das Video hoch und das hat dann irgendwie nur 20, 30 Likes. Wie peinlich ist das bitte? Bitte macht mir das nicht an. Bitte. Bitte, Freunde. Das wär zu peinlich, dass ihr euch die ganze Zeit liked, liked und dann nur 20, 30, nicht mal 10 Likes. Versprecht mir eins, Freunde. Machen wir einfach einen Rekord. Einfach einen Rekord. Ich würd mich auch freuen bei 25 Likes. Freunde, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das war's in dem Gelände. Und an dich, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, Zoe. Zoe, an dich, wenn du dieses Video irgendwann mal siehst, wenn dieses Video gehypt wird und vielleicht sogar die 2 Millionen Likes schafft, denn die Hoffnung stirbt zuletzt, dann Zoe, du, ich würd dich gern einladen auf den Kepa, auf meinen Nacken, okay? Highlight Basis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020